ok das heißt was heißt das heißt irgendwie ich muss es noch mal machen aber dann trotzdem in die richtung ist die frage eigentlich muss ich ja dann irgendwie hinter zur insel kommen das heißt wenn ich da abspringe komme ich hier nicht wieder auf niemals es muss dann irgendwie eine andere strecke sein aber jetzt mal im ernst ach die haben gar keine oder was irgendwie muss ich ja dann auf diese rampe kommen denke ich also so nicht meine leben gehen zur neige noch eins machen wir noch mal eine ganze runde hier nein auf keinen fall er hat irgendwas in der hand aber was jetzt habe ich den nicht erwischt dann muss ja sowieso noch mal da hoch man dieses level da lang da lang da lang darf jetzt keine leben mehr verschwinden glaube ich darf jetzt so gesehen nur noch zweimal sterben ich gehe mal kurz hier lang nur um zu gucken wie der nächste fahrt gehen könnte die nächste strecke weil hier ist ja sonst nichts weiter aber da ist das ding aber warum ist es da ich komme da auf keinen fall irgendwie rauf so wenn ich hier runter rennen würde das war scheiße war das scheiße war das scheiße richtig kacke mal richtig richtig kacke nur leben was passiert eigentlich wenn ich dann komplett sterbe ich will es eigentlich gar nicht herausfinden nein nein wir werden es herausfinden ja natürlich erneut entzünden die spiel verloren wir leben okay ich bin wieder am anfang ja egal hier habe ich alles eingesammelt jetzt konzentrier dich oh dieses level baumwipfel nochmal ladebildschirm oh also ich denke mal ich habe was eingesammelt das ist gut ich weiß trotzdem nicht wie ich auf die insel da komme vielleicht muss ich ja den einen erstmal besiegen damit irgendwas freigeschaltet wird ich glaube der ist beim letzten mal nur runter gesprungen ach der hat nur einen schatz ach so schade ja ja ich weiß Okay. Dann versuchen wir den nochmal zu erwischen. Komm. Ah, den hatte ich doch schon. Meine Fresse. Also so langsam. So langsam macht mich das Level fertig. Wie, jetzt lauft doch nicht schon wieder hier lang. Oh. Wie viel haben wir? 410 von 500 Ich denke mal, das ist nur noch die Insel da hinten Aber Wie? Wie? Wenn ich da eine Kurve drehen würde Und da raufkommen würde Dann könnte ich hier rüber springen Aber was bringt es mir? Nix Einfach nichts Da könnte ich wieder nach oben fliegen Ja, aber wie komme ich erst mal da hin? Kurve und dann springen In die Richtung Never ever Und dann hängst du hier fest Und musst theoretisch nochmal alles ablaufen Bis du zu dieser Stelle kommst Um das nochmal zu versuchen Als wenn man geht nochmal nach Hause Und dann wieder rein Aber das Ladezeiten Doch, da war ich schon Uiuiuiuiui Bloß weil ich mir jetzt doch vorgenommen habe Alle Juwelen zusammen Schätze Schätze Ich frage mich immer noch Was ist mit dieser Rampe auf sich hat Da kann ich runter springen Dann kann ich da hoch Kann ich dann aus dem Tunnel raus Hier wieder lang Probieren Geht überstudieren Nein 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 Das war's. Ich bin sowas von verwirrt. Wie komme ich denn da rüber? So nicht. Ich müsste irgendwie wieder hierher kommen, aber das klappt doch niemals. Niemals. Ja, das war sehr slow. Das könnte eventuell klappen. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Oh, ich bin so gut. Alter Schwede. Alter Schwede. Was für ein Mist. Oh, 500. Und der letzte Drache. Jet. Das war der Hammer, Spyro. Du hast viel gelernt, seit du ein junger Gleiter. Oh, leck mich. Du hättest dir einen leichteren Ort zum Festsitzen suchen können. Echt mal. Genau so die Schätze. Jetzt habe ich schon wieder kein Leben. So, ab nach Hause. Jetzt rechts. Hat ja auch nur allein das eine halbe Stunde gedauert. Heuerprogresses Level ist abgeschlossen. Schöne Ding. Und kein Leben mehr. Metallkopf wird dann der nächste Boss sein. Metallkopf. Begegnung mit Metallkopf. 7394 Schätze. Wieder mit Looping. Hier ist nichts sonst. Ne. Au. Au. Ich darf nicht sterben. Ich habe gesagt, ich darf nicht sterben. Oh. Hatte ich noch ein Leben? Oh. Ein Glück. Okay. Ich schätze mal, das ist Metallkopf. Ähm. Da muss ich auch noch hoch irgendwie. Von da oben. Irgendwo. Oh. Ja. Wollah. 134 schon. Ja. 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 wow das erste mal dass mich einer von den großen getroffen hat so knapp schon wieder fast tot war das level muss noch höher wer bist du sadiki metallkopf ist ganz gespannt sich zu treffen greift die strommasten um seine sturmversorgung zu unterbrechen endlich mal ein tipp der wirklich auch rechtzeitig kommt ok ach so musste ich gar nicht direkt angreifen hier müssen wir bestimmt hoch damit wir zu den anderen kommen nein metallkopf wie komme ich ihn wieder zurück warum geht es auch noch lang da kommen machen wir erst mal metallkopf sondern auch der eine das war schon das war jetzt überraschend einfach ich habe noch keine schlüsse ich habe noch habe ich ein leben bekommen nein also ja aber nein aber das war Oh, da, da. Hast du mir gerade einen Affen in die Sicht gehauen? Okay, jetzt gucken wir erstmal, was da weiter ist und dann... Hey, ein Schatz, den ich noch nicht hatte von ihm. Da geht's nach Hause, alles klar. Aber wir wollen erstmal hoch. Schätzer einsammeln. Von hier aus. Noch mehr Schätzer. Aber wir müssen irgendwie im Anfangsgebiet noch hochkommen. Oh, noch mehr vergessen. Mann. Jo, speicher mal. So, und zwar muss ich da rauf. Darauf. Immer wieder derselbe Mist hier alle zu suchen. Also, ist kein Mist, aber... Ich will auch nicht in jedem Level hier zig tausend Stunden verbringen. Wir sind doch extra kurz gemacht. So, wie komme ich da hoch und da hoch? Also, wenn ich da hoch komme, komme ich auch da hoch. Und dafür muss ich... Irgendwo anders hoch. Aber wo? Ja, ist mir klar, dass ich da hin muss. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass man hier irgendwo... nach oben kommt. Also, ich komme hier... ...hast mir Schaden gemacht. Also, ich komme hier hoch. Das ist mir Schaden gemacht. Ich komme hier hoch. Aber wie komme ich da hin? Ich komme hier hoch. Wie impedance wird ja auch da hochange, was ich hierholt habe. ich bin mit drei Mongμέnchen curseig. Ein Jeuggenге, eine Brücke, ein Werf Cordäule, teor bebê, ich nehme wie auföame, vielleicht vertraut da lauter Jahrhunderspielern. Ich mache das Wasser. Ich komme jetzt predrine investments. Und das aber auch schon? fängt das schon wieder an. Ich fühl mich grad wie bei dem Baumwipfeln. Ähm... Ich fühl mich nicht mehr an. Ich fühl mich nicht mehr an. ist mir klar wie wir haben ja wieder ein leben also ich würde fast mal versuchen dort unten drauf zu springen aber es kann es doch nicht sein mich wundert auch das tor da unten also das gitter da unten kaputt ist an der stelle okay okay insgesamt dreimal darf ich jetzt sterben also naja zweimal sollte mal wäre schon zu spät so endlich damit werden wir das level ja gleich abgeschlossen haben und damit auch die welt glaube ich der schlüssel das ist nämlich das was man gesehen hat jawoller noch ein leben jetzt kann man sich ja fast schon wieder entspannen auch glück gehabt Also irgendwie da hin. Kommt wieder oben. Oder? Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Oh Edelsteine. Und ab nach Hause. Oh. Also die letzten zwei Level. Na gut, das war jetzt nicht so schlimm. Aber das Level davor. Boah. So. Damit müssten wir es jetzt eigentlich haben, oder? Kann man das irgendwo sehen, nehmen wir? Ähm. Da war er. Doch irgendwo musste man es sehen können. Monster machen Welt, alles 100%. Welt der magischen Künstler, alles 100%. Nur die erste Welt. Da fehlen uns noch ein paar Prozente. Oh, ich fühle mich viel besser, seitdem so viele Drachen gerettet wurden. Kray, der Ballonfahrer. Steig in den Ballon. Dann zeig ich dir die Welt der Traumweber. Die Traumweber. Bist du bereit zum Abflug? Aber natürlich. Sorry. Reisen nach Welt der Traumweber. 7.894 Schätze. Dachte gerade, da kommt eine Sequenz. Ui. Welt in den Wolken. וב�art.